Hi, hier bei Hotodi. Ich will euch mal ein ganz kurzes Tutorial heute zeigen. Wir hatten vor längerem mal ein Video-Tutorial über Autostart und Mac OS X. Das heißt, wie funktioniert das Ganze, wie kann man einstellen, welche Objekte zum Start des Systems auch mitgestartet werden sollen. Beispiel, ihr benutzt immer das Mail-Programm von Apple. Wäre es also cool, Rechner hochfahren, Mail wird direkt gestartet. Das kann man wie in dem einen Tutorial, den Link habe ich euch unten in meinem Text gepostet, so machen. Das heißt, über die Systemanstellung etc. Das geht aber noch viel, viel einfacher. Und das will ich euch heute mal kurz zeigen. Ihr geht mit der Maus runter auf euer Dock und sagt, Mensch, den Adium, das würde ich gerne bei jedem Start von Mac OS X starten. Rechte Maustaste, Optionen, bei der Anmeldung öffnen. Und wenn ihr jetzt neu startet, also den Rechner neu startet, dann wird Adium automatisch damit neu gestartet. Da merkt ich das also. Und in Zukunft Mail, Adium, was immer ihr starten wollt, vielleicht auch den Chromium oder welche App auch immer. Beim Start wird das jetzt automatisch mit ausgeführt. Das war mal ein ganz kurzes Video-Tutorial, wie das funktioniert mit dem Autostart. Ich hoffe, ihr fand das interessant und wir sehen uns bei meinem nächsten Video-Tutorial hier bei Hoturi. Bis dann. Tschüss.